Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Denkt bitte im Verlauf des Videos daran, einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn euch das Video gefällt oder vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr in Zukunft mehr von uns sehen wollt und unseren Kanal unterstützen wollt. Im heutigen Video soll es um den Echo Dot der Generation 4 gehen. Das ist diese runde Ausführung von dem Echo Dot. Aktuell gibt es bei Amazon für viele, die schon die Vorgängergeneration haben, und zwar den 3er. Die Möglichkeit, den abzugraden für einen kleinen Betrag, ich glaube ca. 27 Euro, statt den 50 Euro, den der so kostet. Und eigentlich hatten wir das ursprünglich gar nicht vor. Wir haben jetzt aber ein Angebot bekommen, diese kleine Akkustation, wo diese Runde dort perfekt reinpasst, mit euch zusammen anzuschauen und zu testen. Die sind hier ganz attraktiv, weil wir den Runden dort dann auch gerne mal mit auf die Terrasse nehmen wollen. Und dann ist man eben mit diesem Akkugerät hier wesentlich flexibler als mit einem festen Stromanschluss. Wenn euch das hier insbesondere interessiert, dann schaut auf jeden Fall in unserem nächsten Video rein, das wir jetzt dann auch hier verlinken, sobald es rausgekommen ist. Da schauen wir uns das Ganze mal etwas ins Detail an. Im heutigen Video soll es aber darum gehen, wir schauen uns mal die neue Generation an, packen es aus und ziehen mal einen ganz kleinen Vergleich, ob sich denn dieses Upgrade vielleicht auch so lohnt zu der Vorgängergeneration. Ja, Amazon verpackt die Geräte ja relativ gut, da braucht man kein Messer und nichts. Kann man hier einfach aufziehen, aufklappen. Und steht hier auch schon, man braucht das Handy und man muss das Gerät einstecken. Und ja, dann sollte das Ganze schon funktionieren. Wenn ihr bereits Echo-Geräte habt mit eurem Amazon-Konto verknüpft, werden die neu bestellten Geräte auf eurem Account schon vorkonfiguriert. Dann müsst ihr es tatsächlich nur noch einstecken und das Ganze sollte ganz von allein in Betrieb genommen werden. Ja, so auch viel Zubehör ist hier gar nicht dabei. Wir haben hier wichtige Informationen, kleine Bedienungsanleitung und natürlich das Netzteil für das Gerät. Und das war es auch schon an Zubehör. Ja, nachdem wir jetzt den immensen Lieferumfang hier schon ausgepackt haben, vielleicht der erste kleine Hinweis. Wir haben hier ein weißes Ladekabel dabei, oder was ist Ladekabel? Stromkabel, hat ja kein eingeboden Akku. Wir gucken uns mal kurz an, wie lang das ist. 1,50m, 1,60m, sowas grob. Ein bisschen befremdlich finde ich, dass der dort hier natürlich schwarz ist. Ich mache diese Folie hier vielleicht gleich mal kurz ab. Dass der dort hier schwarz ist, das Ladekabel aber weiß. Ja, weiß ich nicht, warum man das immer machen muss, hier unterschiedliche Farben zu nehmen. Vielleicht bei der Vorgängergeneration ein schwarzer dort und tatsächlich auch ein schwarzes Ladekabel, was natürlich auch irgendwie optisch deutlich mehr Sinn macht. Ansonsten hat sich an dem Design natürlich einiges verändert. Das hier ist eine relativ kleine Kugel, sage ich jetzt mal. Wir haben euch auch schon den großen Echo der vierten Generation vorgestellt. Der ist wesentlich größer. Den hier finde ich eigentlich ganz niedlich in Anführungszeichen. Hat natürlich hier unten den LED-Ring, wie man ihn kennt. Ist hier oben wieder mit Stoff überzogen. Wir haben oben drauf natürlich die Tasten für Mute, lauter, leiser und die Aktivierung von Alexa. Und hier hinten zwei Anschlüsse. Und zwar einmal der Stromanschluss und einmal AUX. Also jetzt schauen wir uns mal einen kurzen, oder machen wir mal einen kurzen optischen Vergleich. Also von der Größe her sind die ziemlich ähnlich. Nur dass der eben hier wesentlich höher ist, als der alte und eben eine Ballform hat. Aber ansonsten auch vom Gewicht, dem die sich eigentlich gar nichts sind. Nein, jetzt auflegen. Ein klein bisschen leichter ist der, aber nehmen sich sonst eigentlich nicht sehr viele. Dann werde ich den neuen dort jetzt auch mal einstecken. Mal einen kleinen Thronenvergleich, so gut es eben möglich ist, lizenzfrei. Hallo, dein Gerät kann jetzt eingerichtet werden. Lade dazu die Alexa-App runter und folge den Anweisungen. Um die Einrichtung fortzusetzen, geh bitte in deine Alexa-App. Pour continuer la configuration, rendezvous dans votre application Alexa. Pour continuer la configuration, va à la Alexa. Pour continuer la configuration... So, ich mache jetzt mal leiser. Man muss also hier... Okay, also man muss hier auf jeden Fall die Alexa-App noch starten, um eben die WLAN-Konfiguration abzuschließen. Ansonsten ist das Gerät aber hochkonfiguriert. Ganz ohne Handy oder Smartphone geht es dann aber wohl tatsächlich nicht. So, dementsprechend springen wir jetzt mal in die Alexa-App. Gehen wir auf die Startseite und dann kommt auf dem Display schon Echo Dot ist bereit für die Einrichtung. Verschwinde dann komischerweise einfach. So, ja, hier kann man jetzt auch weiterklicken. Echo Dot ist bereit für die Einrichtung. Und dann springt es schon auf die Beschreibung. Haltet die Aktionstaste gedrückt, etwa 15 Sekunden lang. So, und dann geht es hier auch schon weiter. WLAN wird gesucht. Ist natürlich alles hier schon auf dem Handy hinterlegt, unser WLAN. Dürfte ja wahrscheinlich bei euch nicht groß anders sein, wenn ihr schon ein Gerät habt. Wer hat jetzt einen Bericht, der dort auf allen verfügbaren Sprachen und erklärt, was man eben machen sollte. Und dann steht hier schon, Echo Dot ist jetzt mit unserem WLAN verbunden. Und damit ist die Geräteeinrichtung auch schon abgeschlossen. Man kann jetzt hier noch eine Sprache wählen. Das ist aber vorinstalliert. Und festlegen, in welchem Raum, wenn man Räume definiert hat, sich der Echo Dot befindet. Also es ist jetzt nicht ganz so wild. Ich nehme jetzt hier einfach mal Wohnen. Wie gesagt, wir wollen ihn ja später mit dem Akku flexibel verwenden. Genau, da muss man jetzt noch eine Adresse angeben. Wenn man da mehrere hat, ansonsten übernimmt man die Standardadresse. Und fertig ist die Geschichte. So. Alexa, aus. Okay, wenn du diese Einführung später hören möchtest, sag einfach, erzähl mir die Einführung. Oder sieh dir in der App auf deinem Mobilgerät einige Dinge zum Ausprobieren an. Ja, also man bekommt hier dann noch eine kleine Einführung, was es alles für Möglichkeiten gibt mit dieser Alexa. Wenn ihr das schon kennen könnt, könnt ihr das, wie gesagt, gerade auch gesehen überspringen. Ansonsten gibt es rein vom Funktionsumfang natürlich nicht mehr oder weniger als bei dem Vorgängermodell, weil natürlich die Funktionalität dahinter Alexa ist, die natürlich online bzw. in Cloud-Dienst ist. Wir haben hier natürlich neuere Hardware. Aber ansonsten dürfte von den Funktionen her alles ziemlich ähnlich sein. Bevor wir jetzt gleich noch einen kurzen Soundcheck machen. Kurz die technischen Unterschiede. Die sind hier gar nicht so groß. Beides mal ein 41 mm Lautsprecher. Hier wohl eher abstrahlend in alle Richtungen. Hier durch diese Kunststoffhülle nach vorne ausgerichtet. Das ist also ein kleiner Unterschied. Den könnt ihr also in eine Ecke stellen und habt dann eher so einen in eine Richtung gerichteten Lautsprecher. Ja, ansonsten hier Neupreis aktuell 59,99, hier Neupreis 49,99, immer noch. Farben gibt es hier tatsächlich von dem Neuen jetzt, dieses Anthrazit. Dann gibt es einen Blau-Grau und einen Weiß. Also auch passend zum Kabel dann, der Weiße. Ja, wie gesagt, ansonsten gibt es da technisch nicht viel. Auch hier Aux-Anschluss hatte der Vorgänger auch. Und ja, der Ring hier unten, der ist beim Vorgänger eben oben. Dann ist es glaube ich größtenteils Geschmackssache, ob man sich lieber den hier oder den hier kauft. Einfach von der Optik oder von der Form her. Ich fand jetzt den hier immer persönlich ein bisschen schöner. Aber das ist natürlich wie immer groß Geschmackssache. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal kurz einen Soundcheck. Ich starte mal zweimal das gleiche Musikstück. Einmal zuerst auf dem alten Lautsprecher und dann auf dem neuen. Verbindung mit SubXX-Blip hergestellt. Ihr könnt hier also natürlich auch mit sämtlichen Bluetooth-fähigen Geräten eine direkte Verbindung zu dem jeweiligen Dot herstellen und dann über den Dot von eurem Handy Musik oder ähnliches streamen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal kurz ein bisschen weiter. So, das war mal der alte, jetzt machen wir das Ganze noch auf dem neuen. Für alle, die es interessiert, wie man die Bluetooth Verbindung herstellt, mache ich das jetzt auch noch kurz, einfach in die Geräte gehen, auf euer jeweiliges Gerät, in der Alexa App, Bluetooth Verbindung, dann blinkt hier unten dieser Ringblau, auf dem Handy müsst ihr dann natürlich auf euren Bluetooth Einstellungen nach dem neuen Gerät suchen, hier unten wird er schon vorgeschlagen, könnt ihr die Koppelung starten, das Ganze auf eurem Handy bestätigen, Verbindung mit Bluetooth hergestellt. Und jetzt sind wir im Prinzip auf dem neuen dort verbunden. So, wir hatten jetzt auf beiden Echos, Echodots. Das gleiche Musikstück. Ich finde, was man natürlich tatsächlich merkt, ist, dass der hier eher nach vorne abstrahlt, der hier eher rundum. Das finde ich deutlich erkennbar. Vielleicht für euch jetzt nicht ganz so gut, da müsst ihr dann halt mir glauben, weil ich ja hinter den Geräten sitze. Ansonsten, ja, es ist jetzt kein Musik-Audio-Meisterwerk natürlich, es ist ja auch eher ein Sprachassistent, aber man kann natürlich auch Musik damit hören. Ich muss sagen, der hier steht bei uns zum Beispiel im Bad, einfach wegen der Luftfeuchtigkeit haben wir das günstigste Produkt genommen, das wir haben. Wenn wir da ein bisschen Angst hatten und dafür zum unter der Dusche Musik hören, sage ich jetzt mal, oder um es mal mit rauszunehmen und abends mal noch ein bisschen Musik zu nehmen, ist es, denke ich, auf jeden Fall geeignet. Große Unterschiede zwischen den beiden Geräten finde ich jetzt soundtechnisch hat man nicht. Wie gesagt, nur eben einmal rundum, einmal eher nach vorne gerichtet. Lautstärke, auch beide ungefähr gleich. Hier gefühlt ein bisschen mehr Abstufungen von der Lautstärke. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so sonderlich relevant. Also ich glaube, hauptsächlich der Unterschied hier ist eben vor allem die Optik, vielleicht aktuell auch noch ein bisschen der Preis. Aber worauf ich eigentlich eingehen wollte in dem Video war ja, ob sich ein Upgrade hier lohnt. Also den hier abzulösen mit dem neuen, finde ich jetzt persönlich rein von dem Funktionsumfang. Und ja, optisch Geschmack sagt, aber sonst eigentlich nicht. Also ich glaube, man braucht sich jetzt nicht unbedingt den neuen kaufen, wenn man sagt, vielleicht hat sich hier einiges getan technisch. Die sind, denke ich, so auf einem Niveau. Der größte Unterschied ist hier, wie gesagt, eben die Optik. Und vielleicht, wie gesagt, wenn man das eher ins Eck stellen möchte und gerichtet, würde ich vielleicht auch eher den kaufen als den hier. Den vielleicht eher, wenn man ihn irgendwo offen im Raum stehen hat, wo man in alle Richtungen die Musik hören möchte oder den Sprachassistenten nutzen. Ansonsten nochmal zusammenfassend. 59,99, 49,99. Aktuell auf Amazon, wenn ihr bereits den alten besitzt, für 26,99 die Möglichkeit, den zu upgraden, in Anführungszeichen. Man behält den alten ja trotzdem, man bekommt eben nur den neuen für die Hälfte. Das ist für fast die Hälfte ein bisschen mehr, aber das ist natürlich schon was, wo man sich überlegen kann, wenn man sowieso mit dem Gedanken gespielt hat, sich vielleicht nochmal so einen Smart Speaker zu kaufen, dann auf dieses Angebot zurückzukommen. Damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Vielleicht nochmal der kurze Hinweis, dass unser nächstes Video über diese Akkubank für den neuen Dot gehen wird. Da stellen wir euch das mal vor. Finden wir ganz interessant. Ich denke, ist vielleicht für den einen oder anderen auch ganz interessant. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, stellt die sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wir versuchen das Ganze wie immer so gut wie möglich zu beantworten. Ich hoffe, ihr konntet jetzt hier den ersten schönen Eindruck von dem neuen bekommen. Vielleicht auch einen kleinen Vergleich zu dem alten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem der kommenden oder vergangenen Videos wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.